Ja, der Typ ist geil. Oh, grünlich. Bist du mein Rivale? Ah, mein Gott, wie weit ist denn der Ausschnitt, ey? Ja, das war's. Entschuldigung. Weil er hält auf dem Kamm. Die machen mich jetzt fertig, ne? Oder auch nicht. Das ist ein... Au, was zum... Alter, was hab ich denn mit dem Boot gemacht? Ja. Wutcha! Boink! Oh, komm! Ach, ich dachte, ich würde aufheben. Au, ich hab mich aufgeroffen! Was ist das? Aua! Reicht. Moin. Schwarz beiseite, das ist Sparta-Bans! So. Du, 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 du... Ja, du bist geil. Ich mag den. Ja, so ein... Droning-Kampfstil. Aha! Oh! Ich wollte eigentlich... Nein, das wollte ich eigentlich nicht. Ich glaub auf die andere Seite. Okay. Okay. Ich bin nicht dein Ziel. Du bist geil. Und jetzt kommt man die Wahl. Okay. Wer ist der Rivale? Er sah so aus wie geil. Der Ninja. Ja. Bushing gereist sind Putin. Ich war aber feindertes Wachsen. Schön. Ich weiß vielleicht schafft es erstmal einfach. Wäre richtig gut. Hör mir zuvor. Ich muss ja noch zu tun. Ich bin, dass Sie in der schöne Seite beiseite haben. Ich muss jetzt mal bei der Türkei haben. Aber ich muss dann ja auch mal auf die Türkei halten. Ich bin nach der Türkei, dass sie in der Türkei gerne reinzeugt. Wie von der Türkei geht? Ich bin bei der Türkei, dass sie eine Handelskriege die Steine hat. Ich bin zufrieden immer entspannt. Wie? Komm her, du machst mich vielleicht platt. Steine, was willst du? Steine! BAMS! Nee, du kannst auch die Sektung, ich hab das Ding ins Kirchen. So. Du hast einen Schlüssel raus, sehe ich gerade. Können wir noch so weiter machen? Ah, hier soll ich mal nichts machen. Ach, nee. Geht das schon wieder los. Geht das, kommt schon. Okay, das reicht hoffentlich. Jawoll. Schön, wenn man funktioniert. Hilft. Geht das, dass du nicht. Damit du gehst. Wir machen und alle. Überdessen wir auf uns. Mach den wir! Grange. Hör das zu. Geht das an. Wätsch, ich bin, du kannst! Geht das an! Nein, du kannst nicht. Wir müssen raus. stand hier auch jetzt nicht am button ganz ehrlich so ein bisschen weiß ich schon was hier machen aber trotzdem vorwärts und etwa da muss ich jetzt nicht machen und du machst mich natürlich warum denn noch nicht jetzt geht der ganze spaß wirken voran los dagegen wenn er angesprochen und das gemacht ja genau spring einfach vor deinem problem in der brunnen nein bin ich eigentlich blöd ey ja komm nein nein nicht schon wieder ich mach dann den einen angreifen das wollt ich eigentlich machen hört doch mal auf meine gedanken zu lachen ich wollte ihn eigentlich werfen ja ist gut wir werden wieder lange Parts du willst du ihn nehmen, bleib hier okay ich tue jetzt direkt einen ganz langen Part aufnehmen und in einen Part einschreiten verdammt hätte ich mal die andere genommen besser als der einen mit dem Rohr gegen die Wand oder so schmettert ne äh er kenne ich auch noch weil er immer gegen mich eingesetzt hat ja egal ich seh keine Veränderung an dir okay ich wollte mich herantasten ne leck mich ab ja ja komm her komm her ja leck mich ich glaub jeden schlag hier blockt außer den hier außer den hier neiiiin der noch so dahin greift und nein mach das nicht ja 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 ö ja jetzt ja 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 Nein, dich krieg ich noch, Nawati. Hör! 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 Papier, danke. Du sagst mich, ich hab nicht gekriegt. Okay, komm her. Okay, komm her. Meine Steine bringen nichts gegen den er springt. Der kann sogar in der Luft gehalten werden, oder was? Ich hab doch meinen Schlagengel, das ist mein dicken... Ja, auch hier. Bam. Mach mich fertig, ne? Komm her. Boah, ein Eckenstorn. Mein Gott, wieso? Habe ich ein so viel zu sehen, mit dem jetzt? Nein. 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 Warum? Ich spiele auch schon einen Schwierigkeitsgrad niedriger. Warum kriege ich ihn immer noch so Probleme, wenn das nicht wahr sein? Ich muss gehen. Nein. Ich brauche mich. Ich wollte eigentlich genug schnell einen Arcade-Modus machen und dann... Ja, machen wir echt. Weil ich morgen gar keine Zeit habe. Deswegen... Äh... Ich füchte ihn jetzt, äh... Wollte heute nur erwendern und schneiden und was weiß ich. Aber nein! Am Ende sitzt hier wieder zwei Stunden und nicht an einem weiter. Das ist immer so. War bei dem Typen auch so mit Ibuki. Ich hab an dem nicht weiter. Obwohl irgendwann greife ich die Gegner und dann klappt es schon. Am Ende kommt ja wieder Seth, der macht mich wieder fertig. Who is the champion? Fight! Daaa Na Da... Oh, komm her. Ich meine, ich habe ihn viel öfter getroffen, aber irgendwie macht er immer mehr Schaden. Doch mehr, dich treffe ich jetzt aber an. Jawohl. Boah, wie, er stirbt nicht. Jawohl. Da habe ich schon gewartet, dass er irgendwie angesprungen kommt. Boah, ich meine Tornado-Apaka, es ist einfach. Ich weiß nicht, ob er so heißt, aber ich nenne ihn nicht so. Du hast dein Dingensmacht hier, dein Tornado-Apaka. Den, ja, genau. Zack. Der angeblich mir irgendwie voll auf den Nerven. Wollte ich eigentlich nicht. Aber egal. Ich habe getroffen, also wollte ich ihn. Tornado-Apakaat. Das nur ich kann machen, das ist wieder. So, cool aus. Fuck. Fuck. Fuck, werft ihr doch früher? Nein. Was ist das denn? Hast du nicht ein anderes? Komm schon bei. Das gibt's auch nicht. Jawohl. Mit dem Stein zum Sieg. Du bist tot. So. Nein, du bist tot. Ich werfe dich mit dem Stein ab. Nee, das hat jetzt nicht so lange gedauert. Hör zu, man. Menschen ändern sich. Ich habe mich geändert. Du auch. So ist es. Aber es kommt Seth wieder und der, du mich nach allen Regeln der Kunst aus der Luft zerreißen. Ja, ich weiß es doch. Die müsste ich doch jetzt langsam drauf haben. Mit jedem Charakter. Das ist immer so ein Teil, sieben Schläge ein und so. Zweimal gesehen. Ganze zweimal. Boah. Ja. Ja. Du gehst mir jetzt schon wieder auf den Nerven. Zack. Weibliegen. Weibliegen. Aua. Zack. So. Ah. Vergegen das Knie hoch. Einfach gegen die Kniescheibe treten. So. Hab ich noch. Komm her. Komm her. Komm her. So. So. Dich möchte ich mal. Ohne einmal zu trecken schaffen. Ich merke mich raus. Hab ich bei'n' Arm gehauen. Was? Ah ja, da kann er ja auch wieder. Jo. Na alles, neuer Tag? Ich hab ihn noch nie gesehen. Ja, da sind alle neu eingeführt worden. Jop. Ja. Voll. Nein! So, komm her. Aus der Teleportation. Denkst du, du bist schnell genug? Ja. Und wir haben es nicht geschafft. Geh weg, geh weg. Genau! Komm, komm, komm! Nein! Verweck mich! Ja, boah! Schön. Du wirst! Beim ersten Mal. Es wird besser. Wir suchen jetzt noch ein bisschen weniger selbst, um zu agieren. Okay. Boah, das ging schnell. 34 Minuten habe ich gebraucht. Das ist neuer Rekord für mich. Was ist das? Bei Kommandas aus. Das ist ein bisschen mehr. 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 Das ist das, was der Vorbereitung der Kunde. Aber Herr, jetzt müssen wir uns das vorbeifach. Ich werde mich nicht mehr fragen. Cody, ich habe mich verletzt. Ich habe mich noch nicht mehr, dass ich mich noch nicht mehr wünsche. Ich habe mich noch nicht mehr, dass ich mich nicht mehr so fühle, dass ich mich nicht mehr so fühle. Das ist nur ein Geist. Ich habe mich nur nicht verletzt. Ich werde mich nicht mehr zurückziehen. Ich bin fast nicht mehr zurückgekehrt. Zurück? 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 Okay, wozu ist er rausgegangen? Wenn er wieder in seine Zelle, wenn es zurückgeht? Wenn er eine neue Farbe für Kohle freigestand. Ja, Provokation. Schaut es erneut, okay. Ja, da war es dann wieder. Wie soll er seine Zelle rausgegangen? Wenn er sowieso nur ein paar Leute kaputt kloppen wollte, würde ich auch langweilig sprechen. Ich verprühe ein paar Leute, dann komme ich wieder ab. Das würde sich irgendwie... Ne, egal. 36 Minuten. Ja, und ich würde sagen, dabei belassen, was wir da haben. Das sind zwei 17-18 Minuten Parts. Damit kann ich leben. Ich hoffe, ich kann das vernünftig zuschneiden. Und ja, ich würde dann sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Auch wenn sie vielleicht nicht so schnell kommen wird. Von Let's Play Street Fighter. Super Street Fighter 4 Arcade Edition. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Und ich hoffe, ihr haltet noch meine Fails und meine Nicht-Epic-Moments-Können-Skills aus. Bis... Bis dahin... Bis zum nächsten Part. Tschüss. Ich bin der Mildo LP. Ihr seid Zuschauer. Tschüss. Bis dann kommt dr. Untertitelung des ZDF, 2020